Willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus-Later. Heute unterwegs mit dem Mercedes-U3 5G. Wie ich es gestern schon in der Beschreibung oder in der Info geschrieben habe, fahren wir damit heute. Ja, ich denke mal, das war ein cooler Abwechslung, mal sowas zu fahren hier. Und, ja. Haben wir schon alles soweit abfahrtbereit gemacht hier. So, 8.38 Uhr ist Abfahrt. 8.39 Uhr. Dann können wir auch losziehen. Ja, die Karte an sich ist ja altbekannt, eigentlich Neuendorf. Alte Pellbergkarte. So schön eine Karte ist eigentlich schön klein, aber ja, mittelmäßig, sagen wir mal. Sind zwar alle Standardobjekte von Spandau, aber trotzdem. Eigentlich ganz cool gemacht so. Ähm, ja. Ja, okay. Morgen. Hallo. Ja, auch, ich denke mal, morgen oder Samstag wird ein Video zum Bus Simulator 21 kommen. Ähm, das letzte Video ist ja denke ich mal ein halbes Jahr schon her. Äh, Art Train The Vault mache ich nochmal ein Video auf jeden Fall oder Art Train Simulator. Genau. Genau. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich denke mal, das Video wird so 10-15 Minuten geht. Vom Tierpark zum Stadttheater. Eigentlich eine schöne kurze Linie. Ganz cool gemacht. Äh, ja. Ja, ich denke mal, das ist schon sehr cool. Ja, ich denke mal, das ist schon sehr cool. Ja, ich denke mal, das ist schon sehr cool. Ja, ich denke mal, das ist schon sehr cool. Hallo Ja falls ihr Fragen habt könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben Das ist eine Payback-Korte sollte man ja eigentlich kennen Es gibt ja schon ein paar jährchen Morgen Wir haben auch schon auf dem Markt Sehr cool gemacht Oh macht der denn da Ist das hart Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Morgen, hoin Ah, stimmt, sehr interessant, was es damals eigentlich so viele Fahrzeuge gehabt hat, ja, also, ja, dieses riesengroße Lenkrad da drin, schon irgendwie krass. Oh, was ist denn da jetzt hier? Bismarckstraße. Oh, ist nah verkehrt gelaufen, eher falsch rum. Bismarckstraße. Bismarckstraße. So, wir fahren geradeaus, genau. Oh. 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 Guten Morgen, hallo. Grazie a tutti. So, Stadtgarten. So, müsste man eigentlich gleich beim Stadttheater sein. Ist aber auch gefährt um die 301 lang. Das müsste, glaube ich, die sein, die nach Bad Armfeld fährt, bin ich der Meinung. Irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, die links haben wir eh Platz. Da kann man nämlich von da auch losfahren. Von links raus. So, wir fahren jetzt nach links und dann müssten wir eigentlich, glaube ich, bald da sein. Glaub ich zumindest. Ah, komm, jetzt fahr ich da drüber, das ist mir auch nette. Oh, fahren wir noch den Hauptbahnhof? Ich weiß gar nicht. Naja, eigentlich nicht. Guten Morgen. Und wir müssen auf jeden Fall ganz dringend mal wieder mal live streamen. Live stream machen. Äh, ja, die letzte war, glaube ich, im Dezember oder so. Oder Januar, irgendwie sowas. Jetzt ist auch schon nur ein bisschen her. Schluss. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.